Hallo Leute, willkommen zur 7. Böller Tour an Silvester. Das ist jetzt die Mischung für 21 Uhr. Ja, genau 21 Uhr. So, mit dabei. Reibkopfknaller aus Österreich. Black Pirates von Pyro Factory und hier die schwarzen Corsare von Pyro Star aus 2,18er Charge. Dann Crackling und Knall. Keller Reibkopfknaller. Da ist noch circa eine halbe Packung vom Crackling und Knall, aber ist noch einiges mit dabei. Titan 3 Böller von Pyro Austria. Tropic Piccolo Corsair in P1. Machen wir hier weiter mit den Moonsravelers von Firewind Miniraketten mit Knall. Dann ein Phantomflieger aus dem Fliegergeschwader von Keller. Ein Vulkan 2 von Pyro Group Europe, etwas älter. Dann Roter Corsair, extrem geile Böller. Color Thunder Black Edition von Pyro Trade, extrem geile Böller. TNT Dynamite von Sternart. Dann Funke A Böller und Thunder Cracker D in P1. Dann als Finale kommt eine Color Stars Rakete. White Peony mit 36 Gramm von Pyro Factory. Dann ein Catan Thunder King Bombenrohr. Und die Selen Batterie von Pyro Max. 9 Schuss, 20 Millimeter Kaliber. Red Tail to Purple Peony, Green Tail to Green Silver, bla bla bla. Multi-Effekt. Also wieder eine extrem fette Mischung für euch. 21 Uhr Mischung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Zündung. Und wir sehen uns direkt draußen, liebe Leute. Okay Leute, nächste Böller Tour. So, dann geht's los. Direkt wieder hier. Klein Piccolo Corsair. Das sind kleine Reiber. Bitte schnell wegschmeißen. Die explodieren meistens sehr schnell. Das sind so Mini-Reiber. Und so. Kannst ja schau her. Ja. So wie die Größe, unglaublich. Aha. Das ist okay. Sehr unterschiedlich. Naja. Einen noch. Ich gebe es an. Nimm es noch? Ja. Also. Äh, die sind schlecht. Der war wieder sehr laut. Dann hier nochmal Black Pirates von Pyro Factory. Die Reiber. Dann auch nochmal ein Patten. Ja. Jetzt drei. Ja, und den letzten. Ja, die sind für tagsüber ganz lustig, aber dann für Silvester an sich nicht. So, und jetzt die letzten Reiber. Das ist ja auch egal. Schwarzer Corsair von Pyro Star. Das ist jetzt Charger 2000. Ist auch egal. Eher schwach. Das ist ja auch sehr süß. Titan 3. Da machen wir einen. Titan 3 von Pyro Austria. Ja. Mehr Schein als Sein, würde ich sagen. So, und. Ich kenne mich weiter mit Tente Dynamite. Von Sternat. Satz, war du? Ich kenne ihn auch von beiden. Ja, von dem ich schon gehabt habe. Sternat. Den machen wir einen an, und dann kannst du deine beiden. Ja. Die sind okay. Ja, sind gut. Und den letzten noch. Ja, die sind ziemlich gut. So, zur Abwechslung mal hier. Ah, eine Mini-Raketten. Wer fährt nicht oben? Ja, da nimmt es auch. Ich liebe dich. Ist der aus der Hand, oder was? Ja. Das reißt es aber, gell? Echt? Ja. Nix. Du kannst da alle, wenn du willst. Ja. Fire Event Moon Travelers sind das. Okay. Warte, lass mal unten in einem Hall, okay? Hoppla. Das. Das ist heiß, ha? So, und den letzten hier noch vom Boden. Kein Knall. So, dann Cracken und Knall. Verschießen wir jetzt auch. Da müsste noch die Hälfte der Packung sein. Einfach ganz entspannt verzünden. Ein Knallfrosch ist da. Den fangen wir gleich an. Die Frösche sind nix. Powerballs. Ganz laut eigentlich. Letzten. Und Pinokräker sind auch noch vier Stück. Ich fangen zwei. Und den letzten. Gut, jetzt sind wir hier leer. Color Thunder Black Edition. Machen wir auch viermal. Waren eigentlich auch immer ganz gut. Vielleicht zwei jetzt. Weißer Vorbrenner. Alter, das sind Gipschleudern. Das ist jetzt so gefährlich, wenn dich das im Auge trifft. Schau mal, vielleicht kommt der noch. Der schaut aber aus aus. Aus aus. Roter Corsair. Eine der lautesten Böller, die es so im Schwarzpulverbereich gibt. Geht. Kannst du ja. Drei Stück machen wir da. Ja, die sind sehr gut. Noch einen. Ja, die sind wirklich sehr gut. Und den letzten. So. Und ich bin jetzt gespannt, ob da die Funke A-Böller mithalten können. So. Ja, fast. Alles klar. Sehr stark. Jetzt Phantomflieger. Vom Kellerfeuerwerk. Aus dem Fliegergeschwader. Mal schauen. Naja. Der sollte eigentlich ein bisschen höher steigen. Phantomflieger D. Gut. Der erste. Phantomflieger D. Die machen wir einzeln zum Genießen. Ah je. Ah. Der hat den unten verloren. Der ist nichts mehr. Tut mir leid, Leute. Es gibt noch einen ThunderD. Zui. Ich stelle den jetzt hin. Für Sicherheit. Ja, ne. Ich stelle den anderen hin. Ich stelle den anderen hin. Sehr geiler Aufstieg. Auch ziemlich laut eigentlich. So. Keiler Stars in weiß. Die steigt viel zu hoch. Die müsste viel tiefer zerlegen. So. Dann jetzt Zeit für die erste Batterie des Tages. Auf geht's. Selen. Also für diese Mini-Batterie. Und das Geld. Ich glaube 3 Euro kostet die. Wahnsinn. Also Piramax kann es echt. Der kann echt Batterien machen. Die Firma ist geil. Ja, Leute. Das war es auch schon wieder. Der Akku neigt sich dem Ende zu. Jetzt geht es dann wieder heim. Und die nächsten Pallertouren vorbereiten. Die nächste kommt dann in einer Stunde circa. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt haben wir den Vulkan 2 noch vergessen. Vulkan 2. Ich hoffe, es geht nicht. Auch nicht schlecht. Nicht schlechtes Teil. Super. Gut. Das war's. Tschüss.